Herzlich Willkommen bei Streaming for Fun. Wir starten mit dem nächsten Tutorial. Die Heuernte wäre jetzt dran. Gehen wir mal so ein bisschen prophylaktisch hier durch. Heuernte. Wollen wir mal gucken, dass die Tiere Heuer bekommen. Ich hoffe, wir haben es nicht so realistisch gemacht, weil ich habe Heu schnuppen. So, was müssen wir jetzt machen? Wir müssen jetzt mal mit dem Traktor fahren. Da ist die Muschi, äh, die Katze. So, wir müssen nun zetten. So, dann fangen wir zu Teil 15. Und hier muss man auch aufpassen, weil die Tiere, die auch noch mal ab. Also die Hunde, die Katzen. Also, man muss auch passen, dass man irgendwann die Katze in den Zettel haben. Und hier, die Katzen, die Katzen befindet. So, dann fangen wir an. Untertitelung des ZDF, 2020 So, da sind wir jetzt, ein bisschen näher, sind wir bei 52, 53% in der Feuchtigkeit. So, da sind wir jetzt, ein bisschen näher, sind wir bei 52, 54% in der Feuchtigkeit. So, da sind wir jetzt, ein bisschen näher, sind wir bei 52, 54% in der Feuchtigkeit. So, da sind wir jetzt, ein bisschen näher, sind wir bei 52, 54% in der Feuchtigkeit. Also, ich würde auch sagen, jetzt ist es eigentlich noch egal. So, da sind wir jetzt, ein bisschen näher, sind wir bei 52, 54%, in der Feuchtigkeit. So, man sieht ja jetzt auch das Gewinnete. Das ist ja auch immer auf der rechten Seite Gelbfläche. Und hier ist jetzt mal ein bisschen, jeder ist schon ein bisschen zu weißer an, was man nicht gewinnert ist, und was dann gewinnert ist, wie dann halt möglich. So, wir sehen jetzt 64% Trockenheit, 56% Feuchtigkeit. So, dann lassen wir uns trocken werden. So, dann werden wir uns trocken. So, dann machen wir uns trocken. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020